So, hier sind die Entwürfe. Und die Kritik kriegt vorher nichts zu sehen. Nicht mal Reichlanitzki. So, sobald du fertig bist, schicke ich dir die Fahnenabzüge, du korrigierst sie schnell und drei Tage nach Frankfurt ist es den geladen. Wie du weißt, ich denke voraus. Ich weiß es. Du schaffst es. Hey, ich glaub, du hast Besuch. Hey. Hey, ich hab von einem Tag zum anderen aufgehört. Ist überhaupt kein Problem. Du musst, du musst nur einen Grund haben. Ich fände auch einen Scheiß. Eigentlich interessieren mich Computer überhaupt nicht. Ich mein, für mich ist der Computer eine Maschine, die mir dabei hilft meine Arbeit zu tun, das ist alles. Ja, aber ab morgen schaut ihnen diese Maschine bei der Arbeit zu und sie können mit dir reden. Ich rede aber mit niemandem während ich arbeite. Kann ich noch ein Glas Wein haben? Und seit drei Monaten keinen Druck vom Alkohol. Alles eine Frage der inneren Einstellung. Sally, wollt ihr nicht mal miteinander tanzen? Kein Bock. Aber ich. Normalerweise setze ich da 20 Leute drauf an und dann wird das auch was. Auf jeden Fall schafft er es schon. Der Regisseur kostet mich ein Vermögen. Aber er hat dreimal den Bundesfilmpreis gewonnen. Ich würde mein Leben dafür geben, nur einmal mit dir zu schlafen.